Weiter geht's mit dem Devolo AC. Der Devolo AC arbeitet im 2,4 und 5 GHz Band und überträgt Datenraten von bis zu 1200 Mbit pro Sekunde. Ausgestattet mit einer 5-stufigen LED-Anzeige signalisiert der Repeater die Signalstärke am Einsatzort. Des Weiteren kann er als Access Point verwendet werden. Nutzer des WLAN-Repeaters von Devolo erhalten Zugriff auf die herstellereigene App. Die Smartphone-App hilft dabei, die bestmögliche Steckdose für den Repeater zu finden. Mit dem integrierten LAN-Anschluss ist es möglich, über den Repeater nicht WLAN-fähige Geräte mit dem Internet zu verbinden. Die Datenübertragung erfolgt mit dem Verschlüsselungsprotokoll WPA2. Der kompakte Repeater verbraucht zwischen 3 und 4 Watt pro Stunde. Das vorne ado Cl COSTA. Nicht nur knapp. Danke dir so. 3 WLAN- Baldwin-Emer parlange. Be dites 6 GHz und plan characterized Sie eine WLAN-app bin. WLAN- an sichernotivungsernieur-Emernga Vielen Dank.